Man hat es als Mann heute schwer, eine romantische Situation, wie da jetzt mal, irgendwie mal vorzubereiten. Ich will nicht sagen, dass die Frau auf ihn heute verkrampfen, aber so locker sind sie auch nicht mehr. Auch nicht generell jetzt mal. Allein eine Frau wie die heute schon rum und was die, aber du darfst ja nichts sagen. Du darfst ja gar nichts am Schwager sein, du darfst ja gar nichts sagen. Die verzählt ja immer groß da. Wie sagt sie immer, ja als Frau hat es nicht leicht, doppelte Mehrfachbelastungen immer. Privat aber auch daheim. Man muss kämpfen, gleicher Lohn bei gleichem Geld. Grundrecht da immer gleich. Alle Frauen sind gleich. Die hat einen Verein. Da machen die nichts anderes. Frauen, Ausländer und Natur. E.V. Sonst machen die da nichts. Die trinkt vielleicht mal einen Kaffee inzwischen rein. Aber sonst bloß Frauen, Ausländer. Und dann diskutieren da. Sind das Lebens da immer. Wie sagt sie? Auch wenn ich weiß, dass morgen ein, kennen Sie, Apfelbäumchen. Umfeld, genau. Lächerlich. Auf der Suche nach dem großen Glück sind die da. Das gibt es ja auch noch zu. Die meinen, das ist nicht immer alles so. Wer den Himmel auf Erden sucht, hat im Erdkundeunterricht nicht aufgepasst. Bei denen daheim sage ich jetzt bloß hier. Das hat mir der Schwager gesagt. Wenn er übertreibt immer ein bisschen. Aber im Kern ist immer ein gewisser Funken. Bei denen daheim im Bett. Da ist es so. Wenn sie sagt, sie will nicht, hört er sofort auf. Bloß, dass es ruhig ist. Ist ja klar, dass bei denen nix mehr. Groß. Und warum sie immer so schlecht gelaunt ist, das muss sie auch einen Grund haben. So ein Gesicht den ganzen Tag. Aber sprücht drauf, gerade andersrum. Wie sie guckt. Und wie sie aussieht. Das Beste war ja, genau, da war sie ja dabei. Da waren wir griechisch essen. Natürlich griechisch. Ein Jägerschnitzel isst ihr ja nicht. Das steht wahrscheinlich nicht in der Satzung. Vom Verein. Da war dabei sie, der Schwager, Ding und ich und der Jürgen. Genau, der Jürgen war dabei. Wir sitzen da eine halbe Stunde. Alles war wie immer. Auf ehemal kriege ich mir mit. Wie am Nebentisch. Ein Italiener. Original. Seine Begleitung. Da. Eine. Eine langt. Aber voll. Also nicht bloß so als Warnung. Ja, ja, gleich richtig. Was jetzt? Was jetzt mit dem Schwager seiner? Wenn der Jürgen gleich gesagt hat, das ist das Südli. Das kriegst du aus dem Italiener nicht mehr raus. Die können du nicht anders. Das ist mir schon klar. Aber mich hat ja interessiert, was macht sie jetzt? Ne? Ein Schwager sein. Sie war ja in der Zwickmühle. Na ja, ist sie jetzt für die Frau oder ist sie für den Ausländer? Auf die Antwort warte ich heute noch. Bis sie ja gleich aufs Klo gerennt. Immer so, wenn was ist, rennt sie eine halbe Stunde. Und alle anderen hinten nach. Und wir sitzen dann da. Und da sagt der Jürgen zu mir, so leis, dass der Schwager nix, da wird er gesagt, äh, eigentlich wäre sie ja ganz in Ordnung, wenn so einer schwer. Ja, der Jürgen, nette. Hab ich gesagt, das ist immer so. Wenn die Katze ein Pferd wäre, könnte man die Bäume hinaufreiten. Ja? Ja, genau.